Musik Ja, ich bin hier gerade dabei, den Tag 4 bis 5 hier zu schneiden, wo wir in Lübeck waren. Und ja, wie ihr vielleicht sehen könnt, da wird mit mördermäßiger Bordelektronik ausgerüstet. Anders geht das hier gar nicht. Ja, zu Lübeck selber kann ich leider sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt noch keine Kamera, jetzt wird das eher eine Dia-Show wie ein Video. Ich hoffe, ihr könnt euch trotzdem irgendwie ein bisschen Eindruck davon machen. Danke! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.